Über die Plank müssen wir laufen. Ja, eine Holzpate. So viel ist ein Charger oder hab ich grad gehört. Ja, von rechts und glue. Oh, 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 oh. Alter! Krass. Voll geil. Schlampe. Ah! Was schießt da? Die alte. Warum schießt die auf dich? Mann, wusste die? Ja. Oh, der Kalister liegt genau da drin. Ja, das bringt den Kalister nicht. Okay, ich dachte, der geht jetzt kaputt. Nö, nö. Wo kommt der denn denn? Homo hier. Ja, Schutzraum. Ja, wartet. Wartet. Okay, ab, ab, rein. Komm, wo schnell aufzuballern, komm rein. Wunderbar. So, jetzt kommt Level 2, der Sumpf. Ach, jetzt kommt erst der Sumpf. So, unfassbar. Dam, 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 dam. Ich hab den Witcher am meisten Schaden zugefügt, aber sie mir ja auch. Verdammt. Oh Gott, ich hab'n mal irgendwie gar nicht so der Beste. Und ich hab'n Schluck auf. Ganz wunderbar. Ach so, mit der Kettensäge hab' ich ja die Kills gemacht. Ich hab' mir grad gewundert, wo ich die hergenommen hab. Special Killer 7? Hoffe, ich muss verpassen. Warum nehmen die Waffe? Mann, wenn man gezwungen ist, sich mithilfe von Sumpfbewohnern aus der Stadt zu retten, dann Wo kommt der scheiß Schluck auf her? Ist doch widerlich. Mann, ich weiß schon, oder? Ja, Monik kann man nicht mitnehmen hier. So, ein Scheiß. Ich hab' ihm trotzdem doch die Waffe mit hier. Mann, ich den kann, ist ja die Waffe. So, hier doch. Dooh. Scheiße. Hab' ich davon verloren. Wartet mal, ich heil mich mal kurz. Ne, oh, ne. Ich spiel' jetzt nen Granatenpfiff raus schießen, oder was? Auf einmal in den Kopf. Einfach mal gegen die Tür. Batz. Jo, bin breit. Na dann los, ab durch den Sumpf. Ja, das war der Kopf. Mann, jetzt sterbt er mal hier. Schlimm. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. So, Zombie-Typen. Oh, die schwimmen. Ach so, das ist ja Rochelle. Die beschießt mich wieder die ganze Zeit hier. Schlimm. Ich hab' auf Rochelle rumgekloppt, gerade im Ausversehen. Sah' aus wie'n Zombie. Boah. Boah, ein Boot voller Kettensäge. Was, nein mit der... Ja, Kettensäge. Wie nicht. Oh, ich dachte grad da legt die Vorschlagkammer drin, ey. Da hätt' ich ja abgefeiert. Jockey kommt. Ich hab' Ja. Und wie sind sie immer nur so Schell drauf. So hässlich wie das, versteh' ich das aber. Suftypen schon wieder. Man liegt hier überall Explosiv-Munition rum. Ah, wie so Schell, ey. Ich fall' noch mal. Äh, fall' Oha, fuck. Leta. Warte, mich nicht umgehauen. Kurios. Sollts hier weiter hier gehen, ey. Wartet mal, ich mach' noch kurz Explosiv-Munition. Jo. So. Jetzt kann's weiter hin. Oh yeah. Oh yeah. Bau, bau. Bau. Bau, bau. Ich hab' noch vier Schuss. Hunter. Äh, das hab' ich noch schon wieder gehört. Ne Bitch. Oh, da warte ne Hunter. Wo ist er denn? Wo ist denn die? Ey, guck mal. Ein Überlebender. Der tot ist. Oh, ne Autopumpe. Ein Überlebender, der tot ist. Ah ja. Aber jetzt hab' ich Explosiv-Munition drin und jetzt hat der ne Autoschrott bei. Ich glaub's nicht. Und Molly. Wo sind die? Wie hörst du denn den Körper, keine Bitch? Doch, hier ist einer. Nur Shell ey. Ist er drin? Doch, ich glaub, ja ich hab' auch. Na jetzt für Rückseher. Da sitzt ihr doch. Ich glaub ihr habt ihr aufgeschreckt. Ne. Noch nicht, noch nicht. Diese Zeuge nur da. Seid ihr bereit? Wartet mal, ich hab'n Molly. Ich hab'n Molly. Ich hab'n Pipeboard. Ah ne. Nur Molly. Lauf dem Molly. Warte, warte. Ich hab' auch noch Molly. Ja, komm schon. Nein. Alter Freda. Das war schön. Alter Verwalter. Kommt der denn her. Verrecke du Sau. Ist auch noch Molly. Smoker. Smoker. Smoker, der schreckt hier an's halt rum. Wenn der ist noch schlimm. Bitte, warum sterben wir denn nicht durch meinen... Okay. Das gibt wieder Kraft. Bleib doch mal stehen, du Homo. Ach. So, ist er jetzt tot. Jawoll. Äh, zwei Schuss hab'n noch. Ich hab'n noch zehn Schuss. Ach, hier geht's weiter, oder? Wir sind passen. Naja. Hol' dir doch hinten die Autoschrot. Warte. Au, ja, die Tiefel. Ich bin geil. Ey, ich bin glücklich. Ey, Dennis hier ist ein Granatwerfer. Nein. Warte mal kurz. Gib's hier umsonst. Kannst du den mitnehmen. Machete. Oh, Machete hat er. Äh, ich nehm' die Diegel. Hinten liegt on-line Machete. Oh, hier liegt'n Granatwerfer. Wo denn? Hier bei mir. Äh. Weg ist er. Was? Boah, jetzt ist der los. Jockey? Ne, ist der Sumpf. Der Sumpftyp, der läuft genauso wie der Jockey fast. So. So, weiter. In den Sumpf. Da jucken wir noch glatten Nase. Alter. Wow. Ach, jetzt sind wir bei dem Flugzeug. Wreck. Boah. Ne Spass ist da. Ne Spass. Ne Ne Ne. Du Arschgeige. Oh nein, jetzt hat er die... Ich kann nicht mal alles haben. Jetzt hat er die Pillen genommen, die... ... die... Schlampe. Na ja, gut. Boah, ne AK. Schabupp, dich weg. So, wer ne Autoschrub will, kann sie dich nehmen. Wo ist'n die? Ich hab's Gast, dank. Soll ich die Luke öffnen? Geht'n, bitte? Äh. Mach die Luke zu. Ach hier. Seid ihr bereit, you would? Seid ihr bereit, jetzt? Dead in the Rotter. Sie kommen. Sehr witzig. Ab die Nu schlagen und... ... schon verliert er seinen... Woa. Und rum. Ja, die kommen doch hier durch. Kommt von die Wahl. Äh, okay, das hätte ich jetzt noch nicht kam, weil er grad nicht kam. Boah, verdammt. Boah, ein Hunter. Penner. Boah, hier fliegen voll die Gedärme rum. Alter, warum bist wir reingelaufen, Idiot? Wer ist? Nein, Max... Ja. Wer ist? Nein, du! Ich meinte eigentlich faul. Du hast mich in Frieden. Kommt denn jetzt hier ein Charger rein? Hier ist ein Autoschroß. Da ist er doch. Der darf ihn nicht schlagen, wer ist der Junge? Nee, nee. Ah, Jockey! Jockey! Nee, das waren sie mit Sumpftypen. Nee, hier ist... Ach, hier ist ein Jockey. Ja, genau der. Der hat gerade... ...getötet. Halt hier. Wofür ich heilen, Mann. Rufen der Hunter. Alter, der spricht die ganze Zeit rum. Ah, da. Alter Schweden. Ist er, ist er tot, weg vom Fenster. Boah! Na gut, dann entschuldige ich mich nicht. Keim ich mal hier so, am Rand des Geschehens. Ja, Alter, mit dem Granatwerfer kannst du ja immer durchrotzen, ey. Das ist ja wie die Weihnachtskontrosse zusammenhält. Was? 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 Der Ball hat uns alle damit an, ey. Ja, der hat doch wieder hinten total uninteressiert. Das sieht aus wie besoffen. So. Wie viel kommt denn noch, ey? Noch ein Charger? Der hängt genauso da wie ich auch letzte Woche. So, geht's jetzt weiter, ey. Ach, hier runter wieder. Da kommt schon wieder irgendwas von hinten. Charger. Ja, da steht er doch. Charger! Okay. Ja, sehr gut. Er hat da schreinisch gebracht. Er tritt mir in den Ofen. Der hört sich an wie so'n Spasti. Boah, das gefällt nämlich durchs Wasser zu laufen, ey. Ey, ein Boomer, oder? Ja. Boah, da fliegt der. Verbrauchte Schuss. Batsch, ich hab irgendwie so nirg. Ich finde, der hat was gebracht, ja genau. Irgendwas hast du bestimmt getroffen, wenn's bloß ein Bursch war. Ja. So. Und ein Buschmann. Hier hinten ist schwer ne... Ne, ein Schafschützengewehr. Und ne Pipebomb. Ich geh hier ins Haus und guck mal nach was da ist. Wie eine Kettensäge. Ich bring mal einen Napalm. Äh, Benzin. Hier ist eine Deagle drin, eine Axt, eine zweimal Medi-Kids. Oh, hast du die Kettensäge überhaupt schon mal benutzt, ey? Ja. Hier drin sind zwei Medi-Kids und ne UC. Ich brauch nen Medi-Kid. Ach, das ist ja. Perfekt. So, was haben wir noch hier? Diegel. Nein! Nein! Das darf nicht warten. Ich muss zurück. Meines Basses ist weg. Die liegt doch hier. Wo? Ich blind hier. Da ist die Spass. Genau, vor meiner Nase. Habt ihr noch nen Medi-Kid? Da liegt, äh, da. Ich weiß nicht, ob da... Ja, da liegt noch jetzt. Ja, da liegt noch ein Spreng-Satz bei. Ja, so nen Spreng-Dings, ne? So. Jetzt kannst du weiter. Jain. Kann ich nicht zwei Deagle aufnehmen? Das wär doch viel geiler. Ach, die Achse... Die Kettensäge ist ja noch voll. Halb voll, ja. Ja, dann bin die doch. Na, kapper die volle. Ach so. So ein A-Zone getötet. Ja, aber Kettensäge action, Kettensäge action. Ich finde, hat er schon gedacht da. Oh, auf mir. Genau. Ey, Leute, wirken jetzt grad... Ey, du auch ankotzen oder was? Was? Du kannst Leute ankotzen? Hä? Ne, ich hatte grad so nen Baron-Flag aufm Bildschirm von dem Sumpftypen durch. Baron-Flag aufm Bildschirm? Ja. Der hat dir einfach mal zu sich gekackt. Wah, da kam der Chargeran vorbei. Ah, da ist er. Einfach mit der Kettensäge abgeschlossen. Was? Was soll denn das bitte? Der A-Rachel schiebt das Gewicht. Genau. Da auch steh ich. Gib's mir. Sind jetzt alle hier? Ne, das war einer. Oh, den geht's? Ja. Hier hinten lang, wo ich bin. Ich mach mich die Ruine. Oh, ich geh mal aufs Klo. Ich hör'n Jockey. Hallo. Oh, da ist er ja. Oh, da ist er ja. Oh, vielleicht noch ein Schick mit meiner Kettensäge. Ich hör'n Jockey. Ich geh'n Jockey. Ich geh'n nicht mit einem Schick-Männer. Hey, schließe mich nicht einfach. Jutta, komm. Der. Na, Jockey. Nein, na, 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 na. Junge, jetzt hör' auf, damit ich mich scheiße an hab. Ich darf auf mich zu schießen. Oh, Sven ist grad. Ich bin unter Wasser. Schade. Ja, wolltest du mit dem Fluchmütten-Ding ins Raufschießen, wa? Ja, wollte ich, aber ich hatte gerade meinen Siegel. Ja, echt schade. Ja, find ich auch. Molli! Defi! Und Waffen, oder? Waffen hier drüben! Werde ich nicht, Rochelle, du hast es einfach verdient. Oh ne, ich will nicht so ne Scheißwaffe. Nein, wo ist die AK? Ah, da ist er. Am Kacken! Was? Auf die AK? Kack! Alter, du bist dir den Schuss gelaufen, du Asch! Ich hab grad gewonnen, warum du genau vor uns hinschießt. Ich war alle so schön nach hier. Irgendwas muss ich auch zu tun haben. Alter, wenn der sucht, wer den angestellt. Ist das Scheiße.